Wird schön dunkel hier. Man sieht ja wieder mal gar nichts. Hupsa. Was ist hier irgendwas? Nee. Aha. Kommt nur Muni ausrüsten? Geht's denn hier lang? Geht's denn hier lang? Sie geht's nicht lang? Ach hier. Ja. 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 Ich habe wohl wieder ein Health Pack Verbot vertragen hier. Gracias. So, verspüren die Soße da auch mal. Ne. Ich sehe ja hier nichts. Nichts, einfach nichts. Ich sehe ja hier nichts. Ich sehe ja hier nichts. Ich guck mal da hin. Ich sehe ja hier nichts. 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 Ich sehe ja hier. Ich sehe ja hier. Ich sehe ja hier. Ich sehe hier. Ich sehe ja hier. Ich sehe ja hier. Ich sehe 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 hier bin. Ich sehe hier. Ach ja! Wollt ihr? So, na hier war ich ja schon. Aber machst du denn keinen Doppelsprung? Ich hasse dich. Weil drückt und es passiert nicht, dass was passieren soll. Also noch einmal. Aber das kann ja nur noch hier was links sein. Ach so, da ist der Stahlträger im Weg. Deswegen ging kein Doppelsprung. Aber hier rechts ist ja nichts, ne? Okay, da komme ich einfach nur nach unten. Ne? Genau. Oh, hier war ich ja schon. Ich habe nur noch keinen Plan, wie das Ding da rankommen soll. Hier springt er auch ins Leere. Hier ist ein Fass drin mit was Explodierendem. Das bringt nichts. Oh. Oh. Da ist ja aber auch nichts. Hm. Hier ist auch nichts. Ne. Ist hier was drin? So, ja. So, ja. Hier ist was drin. War auch nicht das, was ich brauche. So. Ich habe hier noch einen Schalter übersehen. Ich bin all yours, Duke. Danse für mich, Baby. Ne, die Tür kommt man auch nicht rein. Da wird nur sie gehauen. Da wird nur sie gehauen. Das ist auch nichts. Ich sehe doch, was habe ich denn hier übersehen? Aha. Also an Kettenklettern an sich geht. Nicht so gut. Das heißt, wahrscheinlich habe ich irgendwo eine Kette übersehen. Ja. Ah, also a go, no, a go, no. A go, no, a go, no. da geht es nicht rein da geht es auch nicht rein die Kette würde aber auch nicht unbedingt weiterführen gibt es keine Kette und von da da ran springen geht das ist zu weit hier wäre eine Kette aber da hält er sich fest doch jetzt jetzt hält er sich fest ich muss jetzt den Exit finden jetzt aha blöd bist viel ja 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 na gut ein Gegner ausgelassen ja na gut ein Gegner ausgelassen